Warum solltest du niemals danach streben, nett zu sein? Darum geht's heute. Hallo, ich bin Stefanie Voss, du bist auf meinem Videokanal gelandet und am besten abonnierst du jetzt sofort diesen Kanal, dann verpasst du keine Ausgabe mehr. Ja, der ist ja nett. Hast du das schon mal gesagt über jemanden? Oder ach ja, nee, die ist echt ganz nett. Hast du vielleicht das schon mal gesagt oder auch schon mal gehört? Oder wurde das vielleicht sogar schon mal über dich gesagt und du hast es mitbekommen? Ach ja, die ist ja ganz nett. Gefällt dir das? Oder gefällt dir das eher nicht so, wenn jemand über dich sagt, ja, die ist eigentlich ganz nett. Was ist das denn, nett? Persönlich gefällt mir das Wort nett nicht so gut. Ich möchte nicht, dass Menschen über mich sagen, ja, die ist ja ganz nett. Warum nicht? Nett, das ist so nicht Fisch und nicht Fleisch. Es gibt diesen ganz, ganz bösen Satz, den hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Der ist ja ganz nett oder ach ja, die ist ja ganz nett. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes als der oder die ist mir eigentlich egal, hat eigentlich keinen großen Einfluss auf mich, stört mich nicht, beeindruckt mich aber auch nicht. Und wollen wir das? Wollen wir durchs Leben gehen und andere Leute sagen, übersetzt über uns, ja, nee, der oder die ist mir eigentlich relativ egal. Meistens wollen wir das nicht. Ich möchte das zumindest für mich auf gar keinen Fall, dass ich Menschen, denen ich begegne, mit denen ich zu tun habe, einfach irgendwie egal bin. Wenn wir nicht nett sein wollen, ja, was wollen wir denn dann sein? Ja, wir wollen wahrgenommen werden und um wahrgenommen zu werden, müssen wir Kante zeigen. Warum fällt uns das schwer mit dem Kante zeigen? Warum fällt auch vielleicht uns Frauen das noch schwerer als den Männern? Ja, weil natürlich dann immer zwei Möglichkeiten im Raum stehen. Wenn jemand Kante zeigt, dann kann mir das gefallen oder mir kann das auch nicht gefallen und das schlägt dann um in Ablehnung. Das heißt, wenn ich nicht nett sein will, dann kann es gut sein, dass viele Leute sagen, cool, die hat eine Position, die ist klar. Aber es kann natürlich auch genauso sein, dass Menschen sagen, boah, die ist aber anstrengend, die ist aber irgendwie, ja, sehr laut oder sehr sichtbar und das nervt mich. Das ist natürlich auch ein Ergebnis, was dann kommen kann. Überleg mal für dich. Möchtest du nett sein oder möchtest du lieber Kante zeigen? Du hast eine Idee, was meine Antwort auf diese Frage ist. Aber jetzt bist du dran. Was ist denn deine Antwort auf diese Frage? Möchtest du nett sein oder möchtest du mehr als nett sein mit allen Konsequenzen, die da dranhängen? Ich bin Stephanie Voss, Vortragsrednerin, ich bin Workshop-Moderatorin und ich bin auch Business-Coach und bei mir heißt es an dieser Stelle immer, halte das Steuer für dich sehr fest in der Hand, denn genau das macht dich bei Sturm und bei Flaute zum Leader on my Ship. Bis bald!